So liebe Freunde, äh, was nehmen wir heute auf? Willkommen bei einer neuen Runde von League of Losers. Wir spielen heute ein Custom-Game, 4 gegen 4, in der guten alten Kluft. Ich spiele hier mit den absoluten Ober-Pros, besonders hervorzuheben ist der Cop-Skills, den ihr auch schon aus zahlreichen, äh, legendären Aram-Runden kennt. Der wird vielleicht heute sogar positiv spielen, weil wir gegen genauso Idioten spielen, wie er ist. Die sind aber alle Level 30 im Kopf, du bist Level 18 jetzt, ne? Ja, ich komm los, Invade, Invade. Invade, Invade, richtig geil. Okay, Invade. Die Lee Sin, die startet ja bei Red oder bei Blue normalerweise? Ich denke eigentlich Blue, aber keine Ahnung, was die machen, die invaden bestimmt auch. Komm, komm. Was soll ich machen? Alle, alle, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Wo soll ich hin? Hier. Oh, definitely an Blue. Komm, wir stehlen den. Willst du es? Ah, ich wurde gehittet. Das ist jetzt, ey, nicht eigentlich, Mathis, das ist keine kluge Idee. Just saying. Super kluge. Oh, own it! Own it! Oh, hat die Winsam. Oh, bomb, bomb. Oh, bomb, bomb. Das ist so dumm. Dodge that Q. Und Cop geht erstmal drauf. Wo ist Cop? Ich glaube, Cop's chilling in the belt. Und Cop geht jetzt erstmal drauf. Natürlich nicht. Dann sie alle. Boah! Okay, Moves. Ich gehe weg worden, ne? Ich muss, ich kriege damit. Ja, ja, mach du mal. Wir müssen... Ich habe mir eigentlich diese... Oh, der Hater nicht geholt. Wir haben nichts gerissen. Ich komme dir gleich helfen, bei wo auch immer du bist. Ja. Komm, geh, 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 killen. Kill first, laden. Easy. Ich komme hier zu spät jetzt auf den Zugang. Ich denke, ich mache einfach Q. Ja. Aber die sind alle Silber. Die sind alle scheiße. Ey, alle Bosses. Silber ist das neue Diamant. Silber ist das neue Diamant. Ist so, ist echt so. Was redest du da? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, man sagt so was mit dem Internet. Ach so, es stimmt. So Weisheiten haust du hier raus. Nicht total. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Das ist keine Weisheit, Cop. Was hat der gesagt? Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Okay. Klar, voll die Weisheit. Best Weisheit EU. Junge Last-Hit-Monster bin ich. Acht Stück schon. Gegen sechs. Hast du erst vier verpasst? Der ist langsichtig. Seht mal. Feetest du jetzt mein Bruder? Ja, Mann. Ist nett von dir. Hast du kein Teleporten dahin? Schreck. Soll ich mal oben den Kill-Insect-Move? Oh, der ist eh low. Low-Move. Hier einfach voll fangt, oder nicht? Das gibt es doch nicht. Boah, jetzt ein Lütten. Das würde mir vieles wieder leichter machen. Ja, Mann. Die Sin ist auf jeden Fall nach unten. Der ist weg, oder? Der Sin? Ja, ja. Der ist weg. Freilich. Pro-Moves hier. Willst du Mitte ganken? Hätte ich Bock drauf, aber der hat ja seinen Jump, denke ich. Ja. Und ich habe noch kein Shield. Ne, ich muss das mal erfahren. Und ich muss das mal sehen. Was ist so going on so hier? Oh, jetzt hat der schon Vision, dieser Jules. Was ist das für ein Werte? Oh. Oh, Noob Down. Noob Down. Hier, den Ping von dem, ne? Get rekt. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Alle Silber, die haben alle gar keine Chance gegen Cop. Noob Down. Natürlich nicht. Juhu, Top-Land-Farm. Yolo. Ja. Ganz normal lüten. Ganz normal. Was habt ihr denn für Beef gehabt überhaupt oben gerade? Starkes Witze, dieser Scheiß. Denn, Alter. Ja, keine Ahnung. Wollt auf den. Bieder. Wer ist Fieder? 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 Mitläuft. Gar kein Problem. Kämpfst du noch jetzt nicht noch weiter gegen den? Ich bin nicht. Weil ich voll kaputt mache. Was hat er denn? Alter, was ist bei ihm? Das ist halt von Bleib auf der Lane. Was ist was los? Du bist ja schlechter als ich. Das ist mir egal. Du hast nicht mal ein Vision-Eifen-Video. Der ist mir egal, brauche ich nicht. Nimmt nur Platz im Inventar weg. Ja, klar. Ganz normaler Move. Oh, Mann. Wo ist dieser Lee Sin eigentlich? Der braucht Prügel. Mann, 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 Mann. Pass auf, der kann dich fressen, Kopf. Der frisst mich nicht, auf gar keinen Fall. Wir haben aber auch nur Scheiße am Stizzle. Wo ist dieser Lee Sin jetzt eigentlich? Okay, Lee Sin macht deren Blue gerade. Was macht Wesemaster? Was macht Wesemaster? Wesemaster, ihr seht, das ist absolut unmöglich, mit diesen Leuten hier zu gewinnen. Was? 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 Wesemaster. Warum? Und da ist der nächste direkt tot. 06 steht. 06 steht. 04 Wesemeyer. Oh, Mann. 06 steht. 04 Wesemeyer. Oh, Mann. Wesemeyer ist überfarmt, da muss man aufpassen. Wesemeyer love, Wesemeyer live. Lass deinen kleinen Vorsprung mit an. Alter, wie kann Shen 04 stehen? Das funktioniert doch gar nicht. Da steht 4 0, das ist ja das Problem. Alter. Jogi Jogi. Haben wir doch mal ein Ulti, was hältst du davon? Shen steht grad übrigens weg. Bitte? Was? Ne. Alter, Level 7 gegen Level 5. So, deren Lee Sin ist jetzt hier. Auf der Achterbahn. Ist der Level 6? Geht zu seinem Red, ne? Ja, ja. Ja, ich muss erst mal meinen nehmen, leider. Sonst hättest du den ein bisschen geklaut. Auf jeden. Weil er ein Noob ist. Auf jeden. Weil er ein Noob ist. Aber ich glaube, ich muss mich erst um die Toplane kümmern. Alter, die Toplane ist doch verloren. Auf verlorenen Posten. Ne, das Problem ist, der ist so gefiedelt. Ich kann auch nichts mehr gegen den machen. Los, Wese. Lass dich diven. Ach, immer hier. Von mir hat er Schiss. Ja, weil du Respektstelle kassiert hast. Was, Junge? Kein Marder mehr. Lol. Was ist das denn für ein Taunt? In meinem Jump. Shit. Hier sind mal der Push bitte nicht. Warum nicht? Weil du sowieso schon verlierst. Das ist ne Lüge. Lüge. Oh Mann. Das geht so in die Hose gerade. 07, Alter. Aber wir sind halt mittlerweile 18 Farmen. Und Kopp wird gerade gegangt. Kopp, lass dich vom Taunt. Was? Was macht der? Ich ja, I don't get it. Er verfällt in deinem Blutrausch. Jedem bestimmt schon Drake, wenn wir müssen gehen. Wobei Shen hat Ult. Das ist ein Problem. Oh nein, Wese nicht, nicht. Immer drauf. Ich komm hoch. Ja, aber wie willst du die bitte jetzt ownen? Guck mal den Feed von innen an. Alter, die haben... Oh fucker. Mit dem Gold ja wohl mehr anfangen als du, oder? Move uns mal woanders rein. Äh, ja, vielleicht... Wir sind da wieder irgendwelche anderen Idioten. Move uns mal woanders rein, please. Die sind nur Affen. Schon wieder. Oh, geil, ey. Nein, werd ich nicht machen. Hier sind nur Affen am Start. Hey, ich hab die doch nach oben gemovt. Alle damals zu... damals. Ja, da ist aber noch irgend so ein Schramm da. Ja, ja. Fuck, die haben echt Drake genommen. War aber klar, aber ich geh jetzt nicht extra hier rein. Immer drauf. Jetzt nicht... Aus dem Spiel. Der ist hier. Schafft ihr den? Krichen. Krichen! Oh, 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 oh. Oh, da... Never gonna happen. Ja, ja, ja. Gut. 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 Gut, 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 gut. Mein, mein Gott. Wo ist, äh... Lee Spinners hin? Hoffentlich stirbt der. Du bist... Hallo? Ja, sehr gerne. Komm schnell. Ich bin unterwegs. Kann der nämlich nicht lange tanken? Ja. Ich bin schon halb tot. Komm mal. Lass. Ist alles gut. Easy. So, hab. Dankeschön. So, und jetzt sieht das Spiel mal anders aus. Freund der Sonne. Jetzt wird hier geregt. Der Kopp reckt auf jeden Fall die Hotline. Aber der ist ein höheres Level als, äh, wesentlich an einer doppelten Farm, Alter. Das ist einfach gerade nur, ich denke, wie soll man das nennen, äh, höherer Schwierigkeitsgrad äh, mit, äh, Kopp. Du brauchst einfach mehr Skill. Quatsch. Kopp carried uns. Ja, ja. Mal. Was ist los? Alter, jetzt kommt der von hinten an. Nee, ist die Sinn. Ja, ja, klar, aber du kannst... Oh, Mann. Ficken. Leon. Der sieht das ja bestimmt, der Leon. Leon, ich möchte dir sagen, du bist ein scheiß Kerl. Und ich hoffe, du hast ziemlich kleine Hoden. Ich glaube, das stimmt. Werd erwachsen, Leon. Werd erwachsen. Genau wie Jules. Geht ja gar nicht. Hier so ein Promi wie mich hier abzuschlachten in der Mitte. Was sollen die Leute denken? Aber ich hab Leon überfarmt. Oh, fuck you, Finn. Hultet der. Finn ist Hure. Run for your life! Ich komme! Irgendwann Boots OP. Yes! Yes! That's good. Mal farmen. Ganz easy. Easy. Lütten. Oh, oh. Boah, Junge, hab ich dir mal richtig gegeben. Mann, Mann, Mann. Du bist aber ein richtiger kleiner Pro-Player, Woll. Easy, easy. Shen kommt hoch, Shen kommt hoch. Just saying. Oh, 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 oh. Reicht es? Es reicht nicht. Doch, Baby! Irgendwann muss das ja auch mal kommen. Ganz... Warte. Jesus. 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 Jesus, Maria und Josef. Direkt. 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 Leon ist voll schlecht. Leon. Der ist Bronze 4, oder? Ich verliere gegen den. Aber ich wurde ja zweimal gegankt, sonst hätte er mich nicht bekommen. Leon, wenn du das siehst, 1 gegen 1. In real life. 1 gegen 1. Der ist auch 15. Ja, das ist ja gut. Hast du eine Chance, ne? Habe ich eine Chance noch. Unten ist Sugar. Gott sei Dank sind wir towertechnisch voll im Vorteil, aber... Aber man muss sagen, Mathis macht sich langsam. Der ist nicht mehr gestorben. Und wir können das Spiel noch drehen. Wir sind ja late. Wir haben Late-Game-Champ jetzt extra genommen. Ja. Dead Flash. Kopf, ich helfe dir jetzt mal auf der Bot-Lane. Der wird gereckt, der Sugar hat. Das geht nicht. Ja, musst du hinkommen. Ja, ich bin da unterwegs. Ja, mach das. Rack it. Rack it. Wo ist er? Rack all night. Den hole ich mir. Am Gott. Brunz. Brunz. Sag das dreimal laut, dann wird das besser. Brunz. Ich komme, ich komme, ich komme dir entgegen. Äh. Oh, Lee Sin kommt hoch. Lee Sin kommt hoch. Lee Sin kommt hoch. Lee Sin down. Lee Sin down. Noob down. Noob down. Noob down. Noob down. Lass den. Back up. Man, 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 man. Es geht hier auf keine grüne Kuhhaut mehr, was hier passiert. Mann, 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 Affen. Oh, Shen macht oben ganz alleine ein bisschen chilling. Lütten. Ganz easy. Den kommt in die Mitte, ne? Ja, ja. Ah, Mann, hätte ich den nur früh genug gering. Jules ist auch hier. Julian. Julian! Ja, der läuft ja irgendwo rum, ne? Ja, ja. Geh da mal rein. Ich bin fast tot, alter. Ja, der ist irgendwo auf jeden Fall hier. Da ist er nicht. Da habe ich den schon versucht zu holen. Kopf, pass auf. Kopf hat einen Turm zerstört. Yes, aber dafür kriegen sie nicht jetzt. Die sind zu dritt unten. 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 Push-Meister. Naja. Ich habe nicht wirklich Lust darauf, jetzt gefickt zu werden. Leblanc kommt. Also Jules. Ich komme. Oh, 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 oh. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Ah. Lol. Toll. Yeah. Yeah. Wurf. Skillshot. Wurf. Wurf. Drei Sekunden hätte ich viel übrig gehabt. Kacke. Ki mit Mazara. New Meta. New Meta. Ey, jetzt hätten wir das Leben gerettet in diesem Moment. Die sind 100% am Drake jetzt, ne? Wenn der Lee Sin... Ja, natürlich, klar. Sollen wir zum Drake dann gehen? Willst du mir sagen? Dann schieße ich mal einen Malzahar Arrow. Was? New Meta, Bruder. New Meta. Ja, ja. Junge, der Cop ist ein Farmgott. Läuft. Junge, der hat genauso viel Farm wie unser Jungler. Aber Wesemeyer holt auf. Der ist ADC. Hm, ich weiß auch nicht, was das sollte. I don't get it. Blue is up, ne? Ja. Ich komm erstmal in die Mitte, den Leierkopf ganken. Ja, 13 Sekunden hab ich Ulti. Pass drauf, Beatty einfach kill die hart. Okay. Was war das denn für ein Pro-Move? So auf die kommen. Ich hab Ulti. Ult ihn! Nein, ich kann nicht jumpen. What the fuck is going on? Ich hab keinen Mana mehr. Danke. Oh, what the fuck? Hat der noch seinen scheiß Fiesen. Cop, warum hast du den nicht geholtet? Ich hab keinen Mana. Oh mein Gott. Das ist das dümmste, was ich je erlebt habe. Ich hab schon viel. Das war voll der Fail-Fight, ey. Ja, ey. Ich glaub, wir sind voll ownen müssen. Hätt ich. Hätt ich. Hätt ich. Never gonna happen! Nein! OP-Flash. Halt die Fresse. Umgeh. Report all. Los, Wese. Wese! Come to the Drake. Kacke, Alter. Gibt's ja gar nicht. Aber, Alter, als wir den Sinn nicht down bekommen haben. Das ist so kacke gewesen. Die gehen zu unserem Blue, ne? Mhm. Die gehen zu dir. Kann doch nicht wahr sein, dass wir den nicht down bekommen. Wese kommt, Wese kommt. Wese kommt, Wese kommt. Wese kommt. Everything is alright. Ich komme. Kopp kommt auch. Ja. Und ganz, ganz... Und Wese geht down. Wese... Nicht reingehen. Was macht der? Ich bin schon drin. Ich bin schon drin. Geh ran, geh ran. Ist tot. Der ist tot, ja. 07, kann man sich ja mal gönnen. Schau auf. Die sind zu dritt, ne? Die gehen zu unserem Blue, denk ich. Okay, Shen, komm. Ja, ja, der ist tot. Lol. Ja, war das der Falsche, ne? Okay. So, wie soll ich sagen? War... Ne? Egal. Mein Ding läuft noch. Ich krieg Gold, während ich tot bin. I love it. Oh Mann. 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 Das ist ja die Blamage. Die gute alte Blamage. Ah. Egal. Ich bin der, äh... Farmmeister. Außer Shen hat mehr Farm als ich. Aber der hatte auch neun Kills. Farmmeister. Alter. Hauptsache der hat ne scheiß Blade of the Ruin King, alter. Welcher Feed? Der Feed. Der Feed. Guck mal, diese Jugend von heute, die hat das alles so drauf, ne? Die wächst damit auf. Ist einfach ein bisschen unfair. Und die doch Pokémon gegen uns spielen, keine Chance. Ja, keine Chance. Leber. Los. Weiß kann Nashor so lohnen. Ja. Hä? Hä? Was ist das für ne Frage? Yes. Blubuff selber geholt. So. Hier. Lelelele. Lelele. 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 Holen wir die. Lassen wir uns die holen. Holen wir die. Ja, lol. Ganz normaler Move. Was? Jetzt kommt sowas wie, äh, report for halt die Fresse. Report for sexy, äh. Report for sexy, äh. Du bist verhaftet. Was machst du da? Komm wir uns denn jetzt? Komm wir nach Schendohrn auf der Top-Bell. Okay, ich bin auf die Welt. Eins gegen eins klappt nicht wie ich grad ausprobiert hab. You don't say. Was machst du da, Mathis? Ich dachte ich krieg den 1 gegen den. Du kriegst ihn schon gerne? Nein, da war Lelele. Von daher. Ja, Lelele. Seltsil, ich sind still 3-2. Der Jules, der gute alte. Der gute alte Killstealer. 1-8. Ach, komm. Komm. Kann doch aufholen. Komm, alter Split-Push OP. Ich komme. Verschwastens. Kämpft der da eben bei uns im Busch wie so ein richtiger... Wir sind bestimmt so ne fünfte Minute schon. Ja. So wie das 15-Jährige halt machen. Mann, Mann, Mann. D-Abo. Hm? D-Abo. Kopf geht drauf, Kopf geht drauf. Nein, Kopf. Was ist mit ihm? Er fliegt die ganze Zeit immer weiter. Was machst du da, Alter? Boah, die kriegen dich nicht. Der will dich fies. Nein, nein, nein. Nö. Boah, ich hole die beide. Ich hab gedacht, das wärst du. Ja. Jax, komm. Der Stun. Das ist nö. Jawoll. Das ist gerettet. Der Jax ist real. Jax Plays. Jax Plays. Jax Plays. Kannst du mir nen Jax Guide machen, bitte? Boah, Junge, ich kenne dir den besten Jax Guide der Welt. Bitte. Den lade ich mir auf meinem Kanal hoch. Warum gehst du denn da rein? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Oh man! Wir sind verloren. Ach wirklich? Ja, you dodge. You meter. Alter. Noll ey. Dead damage, ne? Okay. Oh mein Gott. Der Sin hat überhaupt nichts drauf. Die sind scheiße eigentlich. Komm. Ich hätte sie fortspielen sollen. Gönnt ihr. Junge, stirbst du? Komm jetzt, vier drauf, komm. Alle vier. Ich bin kein Tank. Go for it. Immer hinter Jax her. Jax OP. Super Flat. Alter, was geht? Geh, alle wieder zurück. Alle drauf. Da kommt einer um die Ecke. Dreckt. Keine Arsch. Oh mein Junge, zu down. Oh man. Manometer. 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 Oh man, oh man, oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Schmalsacher. Zack. Eins gegen eins ownen wir die alle. Easy. Kann vier vielleicht. Eins gegen vier. Komm, lasst mal hier LeBlanc wegpumpsen. Ja, die wollen euch da auch irgendwie grad ein bisschen reinreiten. Wir sind mal. Push mal deine Toplane bis zum Tode. Aber dann werde ich wieder geholt. Ganz normal, Leute. Was machen wir hier drinne? Ach, ich bin ja nur mit einem Ward hier drinne. Ich dachte, das wär einer. Super. Wir gehen zum Blue. Wir gehen zum Blue. Wir gehen zum Blue. Aber damit habe ich schon gerechnet. Die hole ich noch jetzt. Oh, oh. Egal. Immer drauf. Immer drauf. Ja, nö. Klar. Kommst du denn hin? Ja, nö. Easy kill. Pull von Shen. Jetzt nur Besuch von, äh. Ah, okay Wesenmeyer, du sollst vielleicht aufhören zu pushen. Pushen, pushen. Immer drauf. Warum reden wir eigentlich Englisch? Warum nicht Deutsch? Ganz normaler Move. Was? Drücken. Ah, Wesenmeyer steht besser als Wesenmeyer. Okay. Das ist schon mal. Extrem krass, Wandia. Ah, Asuki. Ich wundere, dass die noch nicht mal Barron oder sowas versucht haben. Wir haben drei Drakes. Wesenmeyer. Gonna go. Gleich geht drauf. For the Panther. Also der wird... Hey, hey, hey. Bitte, bitte. Komme. Gott hat zu viele Stacks, own it. Kick hin wieder zu dir. Ich habe aber keine Ult. Oh, leh. Hat der keine Ult? Jetzt hast du mal vorher gesagt. Ich habe keine Ult. Okay. Oh mein Gott, was ein Ult. Was macht CopDart? Er wurde festgehalten. Ganz normal. Easy. Erstmal Jules abfucken. Jump doch, jump doch, jump doch. Warum redet der Englisch? Keine Ahnung. Ist das so mit 15 cool geworden? Kein Plan, was hier überhaupt passiert. Ich habe keine Ahnung. Wir machen uns in Grund und Boden. Own it, own it. Ganz easy. Shen unten. Own it. Da gehe ich hin. Ich hole ihn mir. Ich komme jetzt zu den beiden Jungs in der Mitte. Insect Moves. Bam. Shen kommt. Oh, Shen kommt. Wir sind voll geliefert. Wo ist er? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Was machst du denn, ey? Ich habe keine Spelle zu offen gehabt. 800 HP. Der HP Carry kann keine 800 Damage machen. Oh, oh. Oh, oh. Hop, geh rein. Ich komme. Komm, own it. Oh, er ist schon weg. Boah, der ist so... Ich gehe jetzt da unten hin und werde es OP-Moves machen. Also Todes-Gefeeded, ey. Hast du gerade geflasht? Ja. Um den zu stöten. Ich habe ihn auf der Minimap gesehen. Und warum ist er nicht tot? Leel. Ach, Shen hat den wahrscheinlich beschützt. Da ist er, da ist er, da ist er. Hier ist er. Ich... Oh. Kopf. Ja, wartein. Da kommt einer. Los, ran, 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 ran. Wo ist er? Ich sehe. Ich sehe das. Shaya, komm! Jawoll! Boah, ein solcher! Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Ein paar mal draufhauen. Da kommt noch einer. Too easy. Oh mein Gott, nein. Das ist so... So schrecklich. Ach, ihr Spaß. Das ist nicht total. Oh mein Gott. Super gut. Das, ja. Das ist lustig. Das ist schon sehr lustig. Kann man nicht anders beschreiben. Peinlich, aber auch lustig. Ich möchte Geld haben. Ob ich Nesha nicht alleine hinkriege. Geh mal hier Shen, komm! Geh mal Shen alleine hin. Er stirbt wieder gegen den Vollcamp. Wie kann Shen mehr Burst haben als ein Jax? Wie geht das? Keine Ahnung. Das ist einfach nur gut. Aber du hast Guardians. Das rettet dich. Ich komme hin. Lauf und... Lauf! Besonders, ihr geht doch drauf! Muss drauf gehen. Das ist... So spielt mein Jax einfach. Papier, du Pisser. Boah, was? Du Huren. Keine Chance, Alter. DTF, Alter. Wie viel Leben der bekommt. Ey. Nix kannst du gegen ihn machen. Nix. Boah, komm ich nicht. Leel. Komm mit seiner... Das ist nicht... Ja, komm. Passt auf, die kommen. Das shit is real. Oh, Mann. Mitte sind zwei. Der Blanc ist oben, aber nicht so oft weg. Alter, das ist einfach nur unmöglich. Die sind so tanky, du kriegst die nicht down. Wie groß ist denn? Wie groß ist denn? So groß wie ein U-Boot. Kannst du es schaffen, Super Buddy. Naja, ich weiß nicht wo. Weit weg auf jeden Fall. Los, Kopkovic. Own it. Da kommt. Der fette. Komm, Instakill. Instakill. Wo ist er hin? So ne Nutte. What the fuck? How? Wie soll denn das funktionieren? Braucht ihr Hilfe? Nö, ganz. Ja, ich brauche deine Hilfe. Aber er hat nen Kill, er hat nen Kill. Ach Quatsch, echt? Ja. Woher denn das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Blanc oder so. Keine Ahnung. Alter, Hauptsache wir halten uns 37 Minuten. Hauptsache der Shen hat nen Infinity Edge. Hauptsache der macht voll die... Der Dings kommt. Own it! Blade of the Ruined King. Oh no. Der benutzt sie doch nie. Da. Frendig wird das gemacht. Aber man, jetzt kommt mein Movement. Moment. Erstmal ein bisschen Flame. Bo bo. Was Junge? Super Movement ey. Los Kopp, Ulti ihn. Was ist das? Das ist doch nicht die Möglichkeit alter. Ja. Ey, ihr habt zwei mobile Champions. Alter. Schafft der nicht. Ja, der ist totes gefiedelt. Ne, ich hatte nichts. Oh je. Report. Instahack. Alter, es funktioniert einfach nicht. Du kannst den nicht kaputt... Was hat der denn für ne Lebensregeneration? Das ist doch völlig unmöglich. Das ist einfach nur... Guck dir mal die Items an. Einfach nur full AD. Das ist... Der ist einfach zu Tode gefiedet. Warum ist der denn dann so tanky noch? Der hat 16 Kills, alter. Alter. Ja. Guck mal was mit Wesemeyer passiert. Wesemeyer? Der Wesemeyer ist da... Lol, der hat den Stunten. Ne, doch nicht. Nett seinen Blade ein! Ja! Gib ihn! Fick! Du musstest auch aktivieren Wesemeyer. Ja, ich weiß. Ich wollte da aber Buddy ihn killlassen. Ich krieg den aber nicht. Gut fühlt. Die machen... Warum... Was sind die denn an unserem Tower schon dran? Let's go! Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Shen kommt da unten. Los, alle auf Shen. Alle auf Shen. Okay, ich ulte Shen. Kriegen wir den down? Ja, wenn du den ultest... Easy. Dann los. Holte den. Looooooos! Lauf! Oh, ich laufe! Ja, ich bin verspottet! Äh, ich bin tot! Ey, das hat gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Alter. Super. Egal, Hauptsache du bist stärker. Das ist wichtig im Leben. Flieh doch, du nah. Gibt der Schlampe! Gibt der Schlampe! Du Loob. Guck mal, wie ist es, Meier? Push it! Push it! Wo wir grad nicht... Du bist ein Master! Oh, du bist echt der Goat. Greatest Jax ever. Ich brauche mehr Farm als Kopf. Jetzt Fick, hier machen die Typen und Bänden nicht. Jetzt lassen die uns von Minions töten. Danke schön. Hier kriegen die Minions nicht mehr kaputt. Best Jax in the world. Never gonna happen! Wir werden nicht verlieren! Alter. Alter Schwede. Nur um abscheißen. Egal, ich habe jetzt endlich Sonjas gebaut. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Jetzt darf es losgehen, langsam. Los, YOLO Master! Alter, ey. Oh, 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 oh. Da war's. Ihr kriegt mich nicht, weil ich krass bin. Da kriegt er dich. Ha, 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 ha! Ich wollte Sonjas noch! Scheiße! Kacke! Bad Game! Kacke! Wir haben diesmal verloren, aber man gewinnt immer nur zwei... Das ergibt gar keinen Sinn, was ich gerade sage. Nächstes Mal gewinnen wir wieder. Sch spite... Die Indukstand. Toivel brom哦. Vielen Dank.